Wenn du wissen willst, wie mein Eindruck von der Plattenbörse in Duisburg ist, sowie wenn du fünf neue, brandheiße Platten-Tipps erhalten möchtest, dann bleib dran, wir sehen uns nach dem Intro wieder. Herzlich willkommen bei Moshpit Passion auf YouTube, ich bin der Kajo. Vielen lieben Dank, dass du hier eingeschaltet hast. Und falls du uns noch nicht abonniert haben solltest, dann würde es mich mega freuen, wenn du einmal kurz dieses Video pausierst und unten auf den Abo-Button klickst. Das Ganze ist selbstverständlich kostenlos und im Gegenzug garantieren wir dir mindestens ein brandneues Video pro Woche. So viel dazu und ja, ich war wieder auf einer Plattenbörse und ja, ich weiß nicht, wie lange das jetzt her war, weil meine letzte war, also es war schon ein bisschen was. Auf jeden Fall habe ich mir so ein kleines Konzept dafür überlegt und mir vorgenommen, ein Budget zu setzen von 30 Euro, weil ich sage mal so, diese 10 Euro, 5 Euro oder 1 Euro Kisten, da habe ich immer einen Bogen drum gemacht aus dem einfachen Grund, wenn ich mir Platten irgendwie geholt habe auf einer Plattenbörse, dann jedoch genau mit dem Ziel und so war das eher, sage ich mal, go with the flow. Und bin doch positiv überrascht, was mein Budget da so hergegeben hat und ich muss sagen, wow, also ich hätte mir für 30 Euro, also recht viel da zusammenstellen können, hatte mir aber überlegt, okay, ich fange mal mit einer Band an, die bis jetzt noch nicht so hier die Plattform hatte, aus diversen Gründen, jedoch die ich sehr, sehr schätze und dieses Jahr auch zumindest live abtreten wird und zwar KISS. Hier, das ist auch die Platte, die ich mir geholt habe, die Destroyer, für 10 Euro und ja, ist glaube ich so eines der Mit-Kult-Alben, die die je veröffentlicht haben, natürlich hier Songs drauf, die glaube ich jeder wohl kennt, der so im Rock- und Metal-Bereich unterwegs ist, wie zum Beispiel Detroit Rock City, gibt auch einen sehr, sehr schönen Film zu dem Song oder auch zu der Band, die die damals produziert haben, ich weiß es nicht, auf jeden Fall kultiger Film, natürlich Shout It Out Loud oder auch U God of Thunder, ja, Destroyer von KISS, muss man glaube ich nicht viel zu sagen, ich weiß auch nicht, welche Pressung das ist so, aber das spielt mir halt bei so solchen Sachen auch keine besondere Rolle, hier geht es halt einfach nur so um die Band einfach mal intensiver kennenzulernen und ja, für die Sammler hier ist eine deutsche Pressung, da kennt man an dem Logo, Stichpunkt Doppel-S, ja, für 10 Euro, glaube ich, kann man nicht meckern, ist vollkommen in Ordnung, ich glaube ich hätte auch noch mehr ausgeben können, aber tatsächlich bin ich bei den 10 Euro geblieben, ich habe sehr, sehr viele bekannte Gesichter getroffen, noch neue Gesichter, unter anderem ein Zuschauer, mit dem ich mich über die Machine Head Platte Burma Ice unterhalten habe, falls du das hier sehen solltest, Grüße gehen raus, und dann noch einen Vinyl-YouTuber, der ganz neu auf YouTube ist, den lieben Ingo von dem YouTube-Kanal, hör mal, ich verlinke euch mal hier seinen Haul, hier oben einfach draufklicken, da kommt er auch zu seinem Kanal, wie gesagt, er ist ganz neu, es würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr diesen durch ein Abo supportet, mega netter Typ, der mich angesprochen hat, haben uns kurz unterhalten, mega sympathisch, Kommen wir zu den 5 Platten-Tipps, die ich euch hier an die Hand geben möchte, die mich persönlich überzeugt haben, als erstes, der Reihe nach, machen wir mal hier mit Overkill den Start, Scorched, ja, wer unseren kleinen Kanal hier verfolgt, der weiß, wir waren auf dem Konzert in Bochum, und das ist die aktuelle Platte, super geiler Thresh-Metal, einige Melodien sind da drin tatsächlich, so wie man das von der Band jetzt nicht kannte in der Vergangenheit, wo ich sage, so, ja, die letzten Alben, ohne das jetzt abwertend zu meinen, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt hören, aber hier sollte man definitiv reinhören, gerade der Titel-Track, Scorched, oh mein Gott, ist das ein Brecher, also Overkill, Scorched, hier meine erste Platten-Empfehlung, kommt auf Doppel-Vinyl, gibt noch farbiges Vinyl, schwarzes Vinyl, und was weiß ich nicht, das Ganze ist über Nuklearblast erschienen, und ab sofort auch erhältlich. Ich mache dann als nächstes weiter mit ein bisschen Hardcore, der übleren Sorte, und zwar Jesus Peace. Jesus Peace war immer eine Band, die voll auf die Zwölf ging, das ist deren neue Platte So Unknown, kommt auf 180-Gramm-Vinyl, gibt es natürlich farbiges Vinyl, schwarzes Vinyl, und, 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 hier auf dem Hype-Sticker sieht man noch, ja, 45 RPM, plus 8-Page-LP-Booklet, also ordentlich was dabei, und das Ganze ist über Century Media erschienen, und wer so richtig derben Hardcore steht, wo es echt einfach nur abgeht, also es ist schon, ja, eher schon fast Beatdown, also sind viele Elemente drin, ähm, jetzt nichts für die Hardcore-Nostalgiker, also wer so auf Chromax, ähm, Agnostic Front steht, das ist, ähm, nicht so das Richtige für euch, das ist schon deutlich härter und voll auf die Zwölf, doch, da habe ich etwas für euch, was jetzt im Mai erscheint von Bekannten, und zwar die Band, äh, By A Storm mit Beware of the Underdogs, das ist deutlich traditionellerer Hardcore, aber auch, ähm, mit ein paar moderneren Einflüssen, aber nicht so, sag ich mal, wie Jesus Peace, hier hat man Two-Step-Parts natürlich drin, oder auch die Ufta-Ufta-Ufta-Beats, sehr, sehr schönes Ding, ähm, ja, kommen aus Oldenburg, das, sag ich mal, eine Band aus Deutschland, im Bereich Hardcore hier so ein Ding rausballert, also ich muss schon sagen, im Bereich Hardcore ist das wohl dieses Jahr bestimmt mein Favorit mit, wie sich das Ganze dann entwickelt noch, ne, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte des Jahres rum, sei mal dahingestellt, so, aber ich kann euch diese Platte empfehlen, By A Storm, äh, Beware of the Underdogs, habe ich euch auch unten verlinkt, wo ihr das Ganze bekommt, bleiben wir noch bei einer Scheibe, wo es deutlich übler abgeht für die Leute, die auf Death Metal und Fresh Metal stehen, und zwar hier Enforced, deren zweite Platte ist jetzt auch rausgekommen, gibt's ab sofort überall da, wo es gute Musik gibt, und zwar hier War Remains, wir haben hier noch ein Interview gemacht mit dem lieben Frontmann, das Video, oder sie sagt, das Interview erscheint auch die Tage bei uns, und ja, gibt's auch hier auch verschiedenen, äh, farbigen LPs da draußen, ähm, 180 Gramm, auch schön wertig das Ganze, und das Ding, boah, ich glaub, im Bereich Thresh Death Metal, das wird definitiv so unter den Top-3-Alben dabei sein, ich finde, die Band hat auch Powertrip abgelöst, also wenn man mit Powertrip etwas anfangen kann, ähm, der kann das Ding auf jeden Fall blind kaufen, sehr, sehr schönes Ding, zu guter Letzt habe ich noch eine Scheibe, das ist für mich eine absolute Überraschung, und ich dachte so, diese Musikart von Metalcore ist schon ausgestorben, und die Rede ist von Unearth, die jetzt im Mai ihre neue Platte wie Ratchet, wie Junius rausbringen, ähm, er kommt auch auf 180 Gramm Vinyl hier, habe ich mir das feine Stück in der Farbe Rot, äh, besorgt, und, ja, was soll ich sagen, wer so so auf die Anfänge von Metalcore steht, nachdem das Ganze so, 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 so aufgebrochen ist, also vor 20 Jahren, ich sag jetzt sowas wie Devil Driver, ja, Kill Switch, Kill Switch Engage, oder auch selber Unearth Delber, oder auch Kaliban, so einen geilen Metalcore-Sound, bevor das dieses Gent-artige zu dem geworden ist, was es jetzt quasi ist, ähm, das habt ihr hier nicht drauf, hier hat man so, 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 das traditionelle Dingen, viele Shows, auch kein Klingesang, so, 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 wie man es halt, sag ich mal, bei Kaliban kennt, und Unearthed, das Ding hat mich echt positiv überrascht, bis zum, geht nicht mehr, und, ähm, ja, das sind hier so meine Empfehlungen, würde mich brennend interessieren, wo ihr mal reinhören werdet, ich habe euch, wie gesagt, zu jeder Band, ähm, Verschiedenes unten in den Kommentaren verlinkt, oder auch in der Beschreibung, ja, lasst mir doch einfach mal einen Kommentar, da, wie ihr das Ganze hier fandet, wo ihr reinhören werdet, in dem Sinne, gehabt euch wohl, bis dahin, und ciao, ciao. Das war's für die Passion, für die Passion, für die Musik.